Namaskaram, Swami. Neulich hast du erwähnt, dass Gedanken sehr notwendig sind, um etwas zu unternehmen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Handlung, die ich ausgeführt habe, auf einem Gedanken basiert, der nicht meiner ist. Ist es möglich, dass mir jemand einen Gedanken in den Kopf setzt, der mich denken lässt, dass er mir gehört? Keiner deiner Gedanken gehört dir. Keiner deiner Gedanken gehört wirklich dir. Sieh das bitte. Der Gedanke ist etwas, das man aus implantierten Informationen generiert, aus allen möglichen Dingen, die auf einen einwirken. Die Art, wie du jetzt denkst, hängt davon ab, in was für eine Familie du geboren wurdest, was für Eltern du hattest, was für eine Bildung, was für eine Gesellschaft, was für soziale Hintergründe, religiöse Hintergründe. Entscheiden nicht all diese Dinge, wie du denkst? Ja oder nein? Ganz bestimmt nicht wahr. Also wie kannst du sagen, dass es dein Gedanke ist? Alle Arten von Menschen arbeiten daran. Kann jemand einen Gedanken einpflanzen? Definitiv. Definitiv ja. Wenn du davon sprichst, dass jemand bewusst in dich eine Gedanken setzen will, ist das möglich. Sehr gut möglich. Aber du solltest nicht in diesen Modus geraten, denn jedes Mal, wenn du etwas Falsches machst, wirst du denken, jemand hat es mir in den Kopf eingepflanzt. Selbst wenn du es zulässt, dass es dir jemand in den Kopf einpflanzt, ist es immer noch deine Handlung, nicht wahr? Ja. Du lässt jemanden einen Gedanken in dich einsetzen. Das ist auch dein Tun, nicht wahr? Oh, jemand hat mir einen Gedanken in den Kopf gesetzt. Was kann ich tun? Die Leute werden so. Das ist überall Mode geworden. Das war ein indisches Ding. Als die Inde vor vielen Generationen sehr wohlhabend wurden, und sie wurden natürlich faul, kamen sie zu diesem So Gott will. Egal, was man sie fragt, sie sagen, So Gott will. So Gott will, stehe ich auf. Wer weiß schon, wann der verdammte Gott will? Wenn ich es tue, war Gott will ich. Wenn ich es nicht tue, ist er nicht willig. Das ist ein furchtbarer Trick. Aber so etwas passiert in der Welt. Alles, was ihnen wichtig ist, tun sie sowieso. Wenn du etwas fragst, sagen sie, So Gott will. Ja. Werden sie sagen, Wenn Gott so will, esse ich zu Abend? Nein, sie werden essen. Wenn du fragst, Kann ich zu Abend essen, werden sie sagen, So Gott will. Können wir also einen Gedanken einpflanzen? Das können wir auf jeden Fall. In der Tat können wir dir sogar eine ganze Philosophie einpflanzen, wenn du willst. Wieso nur ein Gedanke? Eine ganze Reihe von Gedanken, eine komplexe Reihe von Gedanken können wir dir in den Kopf einpflanzen. Aber es gibt unterschiedliche Weisen, einen Gedanken einzupflanzen. Es gibt dunkle Wege, es zu tun. Es gibt direkte Wege, es zu tun. Es gibt andere Vorgehensweisen, bei denen ein Gedanke nicht eingepflanzt wird, sondern du wirst dazu gebracht, auf eine bestimmte Weise zu denken, lediglich für dein Wohlbefinden. Dies muss getan werden, sonst verstreut man sich überall und verbringt sein Leben ohne Ziel, ohne weiterzukommen. Die dunkle Art und Weise, dies zu tun, beinhaltet sehr verschiedene dunkle Künste, durch die sie einem negative Gedanken in deinen Kopf setzen, wo man auf die eigene Zerstörung hinarbeiten wird. Die direkte Art und Weise, es zu tun, ist die Art und Weise der Lehrer, die versuchen dir zu sagen, das ist besser, das ist besser, das ist besser, ständig. Oder der Weg der Marketing-Manager, die Coca-Cola, the real thing, the real thing, the real thing, the real thing. Jetzt sagst du das wahre Ding. Wenn ich the real thing sage, sagst du Cola. Überall auf der Welt wird the real thing geschrieben, das wahre Ding. Das ist also nur durch Wiederholung. Es ist direkt. Wenn du willst, kannst du es ablehnen. Aber der erste Weg, wenn du in irgendeiner Weise angreifbar bist, hast du keine Wahl. Es wird auf jeden Fall in dein Leben eintreten. Die letzte Art und Weise, es zu tun, wird nur geschehen, wenn du willig, aufgeschlossen und empfänglich bist. Andernfalls ist die Person, die auf diese Art und Weise Gedanken in dich setzt, nicht einmal daran interessiert, solche Dinge zu tun. Nur wenn du willig und aufgeschlossen bist und einen bestimmten Weg gehen willst, aber nicht den nötigen Biss hast, es zu tun, um an etwas festzuhalten, das du tun musst, dann kann dir ein Gedanke auf eine andere Weise eingepflanzt werden. Wenn du also davon sprichst, dass negative Gedanken in dich eingepflanzt werden, dann musst du nur eine einfache Meditation oder etwas anderes machen, das dein System so organisiert, dass dich diese Dinge nicht beeinflussen können. Oder du musst etwas bei dir tragen, das einen bestimmten Kokon von Energien um dich herum schafft, sodass dich diese Dinge nicht beeinflussen können. Es gibt verschiedene Wege, um es zu verhindern, dass jemand anderes deine Gedanken beeinflusst. Also, ich bin auch bereit, einen Gedanken in dich zu pflanzen. Mehr als bloß einen Gedanken. Ich kann dir einen Sprengstoff einpflanzen, wenn du willst. Keine Bombe, einen Sprengstoff. Da gibt es einen Unterschied, weißt du. Eine Bombe ist rein zerstörerisch. Ein Sprengstoff kann auf so viele Arten verwendet werden, nicht wahr? Wenn du willst, kann ich einen Sprengstoff in dich setzen. Warum nur ein Gedanke? Wenn du einfach sitzt, bumm, geht es los. Ich kann dir einen explosiven Sprengstoff, Sprengstoff der Ekstase, einpflanzen, wenn du willst. Wenn du einfach deine Augen schließt. Es gibt viele Leute hier, wenn sie bloß ihre Augen schließen, springen ihre Augäpfel. Warum nur ein Gedanke? Ein Gedanke ist eine rudimentäre Sache. Eine sehr oberflächliche Sache. Wir können dir Energie so einpflanzen, dass sie dein Leben lenkt, wo auch immer du bist, was auch immer du bist. Es gibt bessere Technologien als Gedanken. Alles gut, dass ich mich nicht mehr so einpflanzen, Ich bin froh, dass es das Kumpel hat, Aber du wirst du vielleicht nicht mehr so einpflanzen,